Hello friends, wish you a Merry Christmas on all, you all and you all. Also frohe Weihnachten an euch allen. Tja, für mich sieht es Weihnachten sehr traurig aus. Nicht schön, weil ich seit gestern über Nacht krank geworden bin mit Magen und Darm und Grippeerkältung. Kann schon fast nicht mehr sprechen durch Husten und naja, mit dem Wetter wird es heute auch spannend. Zumindest ist es schon stürmisch draußen ein bisschen. Da wünsche ich euch alle schön frohe Weihnachten und erstmal tue ich bei Espa einen schönen Fleischsauser Säure Mandarine Espa trinken. Gibt es bei Aldi zu kaufen. Kann ich euch weiter empfehlen, schmeckt süß. Kratenfladenbrot gefrühstückt. Die geht jetzt bei Aldi. Und meine Mutter hat mir gestern zwei so schöne Leutze-Preis-Kuhnen gekauft. Schöne orange Farbe. Und so. Die sieht schon weihnachtlich aus, die Puppe hier, ne? Mit den Sternchen-Oringen, ne? Und die sieht auch nicht schlecht aus. Das ist die Punkerin. Sind zwar populärer, aber egal. Immerhin sind das schöne Puppen. Vor allem die Haare sind schon glitzern. Das gefällt mir. dran. Das sind die Loire Spy. Leutze-Preis. Leutze-Preis-Likes. 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 Likes-Serie. Und schon sehr viele coolen. Würd euch alles schön Weihnachtsfest. Lasst euch reichlich beschenken und immer bis dann. Freund. lesz Moin. was